schwere sorgen Die Wahrheit war, dass Mrs. Errol bei ihren Besuchen im Dorfe, das ihr erst so malerisch erschienen war, viel Elend, Jammer, Not, Trägheit und Böswilligkeit kennen und nach und nach einsehen gelernt hatte, dass Alborough nicht mit Unrecht für das ärmste und am meisten vernachlässigte Dorf des ganzen Landesteiles galt. Vieles sah sie mit eigenen Augen, vieles erfuhr sie durch Mr. Mordaunt, der ihr gern sein Herz ausschüttete und ihres Anteils froh ward. Die Intendanten, die alles zu verwalten hatten, suchten nur jeglichen Konflikt mit dem Grafen zu vermeiden und so wurde von Tag zu Tag alles schlimmer. Grafenhof war aber in der Tat ein Fieberherd und der Zustand der Häuser sprach laut genug von der Gleichgültigkeit des Gutsherrn gegen seine Leute. Als Mrs. Errol den Ort zum ersten Mal betrat, erfasste sie ein Schauder und als sie die Bleichen, verwahrlosten, zwischen Laster und Schmutz aufwachsenden Kinder sah und ihres Jungen gedachte, der nun in fürstlicher Pracht seine goldene Kindheit verlebte, stieg ein kühner Gedanke in diesem weisen kleinen Mutterherzen auf. Der Graf gewährt meinem Kinde jede Bitte, hatte sie zu Mr. Mordaunt gesagt. Er befriedigt jeden kleinsten Wunsch. Weshalb soll diese Güte oder Schwäche nicht auch anderen zugute kommen? Sie kannte das reine, warme Kinderherz durch und durch, und so erzählte sie ihm von dem entsetzlichen Stande der Dinge im Grafenhof, sicher, dass er mit dem Großvater davon sprechen werde und hoffend, dass dies gute Früchte tragen möchte. Und dem war so. Was auf den alten Herrn den stärksten, unwiderstehlichsten Einfluß übte, war seines Enkels felsenfestes, unerschütterliches Vertrauen in seine Großmut und Güte. Er konnte es nicht übers Herz bringen, den Jungen darüber aufzuklären, dass Selbstsucht und Eigenwillen die Grundzüge seines Handelns und Lebens gewesen waren. Als ein Wohltäter der Menschheit und als Inbegriff aller ritterlichen Tugenden angesehen zu werden, war etwas entschieden Neues, und der Gedanke, diesen liebevollen braunen Augen gegenüber auszusprechen, »Es ist mir ganz einerlei, ob das Gesindel zugrunde geht oder nicht«, schien ihm vollkommen unausführbar. Schon hatte er den kleinen Blondkopf so lieb gewonnen, dass er sich, um dessen Illusionen zu schonen, lieber auf einer guten Tat ertappen ließ, wobei er sich freilich selbst sehr lächerlich vorkam. Newick wurde zur Audienz befohlen und nach längerer Beratung der Beschluss gefaßt, dass die elenden Bretterbuden eingerissen und an ihrer Stelle menschliche Wohnungen errichtet werden sollten. »Lord Faundleroy dringt darauf«, bemerkte er trocken. »Er sieht darin eine Verbesserung des Besitztums. Sie können es die Leute wissen lassen, dass der Gedanke von ihm ausgeht.« Natürlich verbreitete sich die Kunde von dieser geplanten Verbesserung mit Windeseile. Erst begegnete dieselbe Mann nicht wachem Unglauben. Als aber eine Schar fremder Arbeiter eintraf und die baufälligen Hütten einzureißen begann, ward es den Leuten klar, dass dieser kleine Lord wieder Großes für sie gewirkt hatte, und sein Lob wurde in allen Tonarten gesungen und die kühnsten Prophezeiungen für seine Zukunft ausgesprochen. Von dem allem ahnte er nichts. Er lebte sein glückliches Kinderdasein, rannte jauchzend im Park umher, hegte die Kaninchen in ihrem Bau, lag im Grase unter den großen Bäumen oder auf dem Teppiche vor dem Kamine und las wundervolle Geschichtenbücher, deren Inhalt er dann erst dem Grafen und später seiner Mutter wieder erzählte. Auch lange Briefe an Dick und Mr. Hobbs wurden abgesandt und von drüben beantwortet. Als der Neubau der kleinen Häuser begonnen hatte, ritt er häufig mit dem Großvater nach Grafenhof hinüber und nahm lebhaften Anteil an der Arbeit. Er stieg dann womöglich ab und machte die Bekanntschaft der Arbeiter, wobei er über allerlei Handwerksgeheimnisse Aufschluss erhielt und ihnen von Amerika erzählte. Herrschaft dann den Bauplatz verlassen hatte, war der kleine Lord mit seinen harmlosen, hier und da komischen Redensarten noch lange das Gesprächsthema. »Das ist ein rarer«, hieß es, »und gescheit ist er und so gemein mit unsereinem.« Natürlich wurde alles, was Fauntleroy gesprochen hatte, weitererzählt, und so kam jeder in Besitz einer ganzen Sammlung von Anekdoten über den kleinen Lord, und nach und nach wußte man weit und breit, dass der wilde Graf zu guter Letzt noch etwas gefunden hatte, was seinem harten, verbitterten Herzen lieb war. Wie lieb, das wusste freilich niemand, denn er äußerte sich gegen keinen Menschen über seine Empfindung für Cedric. Und wenn er je von ihm sprach, geschah es mit einem halb ironischen Lächeln. Fauntleroy aber fühlte es wohl, dass er dem Großvater lieb war, und dass dieser ihn gern um sich hatte, ob's nun in seinem behaglichen Bibliothekzimmer war, wenn er im Lehnstuhle saß, oder bei Tische, oder draußen beim Reiten und Fahren und dem Abendspaziergange auf der Terrasse. »Weißt du noch,« begann Cedric, der mit einem Buche vor dem Kamine lag, einmal plötzlich, »weißt du noch, was ich am ersten Abende hier zu dir gesagt habe? Dass man in dem großen Hause gut zueinander passen müsse. Nun, wir zwei passen zueinander, bessere Freunde kann's doch wohl nicht geben.« »Jawohl, wir vertragen uns leidlich,« erwiderte der Graf, »komm mal her.« Fauntleroy krabbelte in die Höhe und kam. »Gibt es noch irgendetwas, was dir fehlt, was du gern haben möchtest?« Die großen braunen Augen hefteten sich plötzlich nachdenklich und ernsthaft auf den Großvater. »Nur eins,« erwiderte er bestimmt. »Und das ist?« Fauntleroy sammelte sich einen Augenblick, er hatte nicht umsonst so viel über die Sache nachgedacht. »Herzlieb,« sagte er dann halblaut. Der Graf zuckte ein wenig mit den Augenbrauen. »Du siehst sie ja fast jeden Tag,« sagte er, »genügt das nicht?« »Früher sah ich sie den ganzen Tag,« versetzte das Kind. »Und wenn ich zu Bett gegangen bin, hat sie mich geküßt, und morgens war sie bei mir, wenn ich aufgewacht bin, und wenn wir uns etwas sagen wollten, konnten wir's gleich tun und brauchten nicht zu warten.« »Vergißt du denn deine Mutter nie?«, fragte der alte Mann, ihm tief in die Augen blickend. »Nein, nie, und sie vergißt mich auch nicht. Ich würde dich auch nie vergessen, wenn ich nicht bei dir wäre, und würde immer an dich denken.« »Wahrhaftig, du wärst's imstande?«, sagte der Graf nach einer Pause. Die Eifersucht, die ihn befiel, wenn der Knabe von seiner Mutter sprach, steigerte sich mit der Liebe zu demselben. Bald aber kamen ernstere Sorgen, die ihn diese kleine Bitterkeit vergessen ließen, ja, die ihn vergessen ließen, dass er seines Sohnes Frau so gehaßt hatte. Kurz bevor der Neubau in Grafenhof beendigt war, wurde in Dorincourt ein großes Diner gegeben, es war lange her, dass sich etwas derartiges im Schlosse ereignet hatte. Einige Tage vorher schon trafen Sir Harry Loredale und Lady Loredale, des Grafen einzige Schwester, ein, und auch dies war ein höchst befremdliches Ereignis, infolgedessen Mrs. Dibbles Ladenglocke wieder harte Arbeit bekam, denn das war ja allgemein bekannt, dass Lady Loredale seit ihrer Hochzeit vor fünfunddreißig Jahren das Schloß nicht mehr betreten hatte. Sie war jetzt eine alte, hübsche Dame mit weißen Locken und Grübchen in den runden Wangen und einem Herzen wie Gold. Sie hatte aber des Bruders Leben und Treiben so wenig gebilligt als irgendjemand, und da sie nicht schüchterner Natur war und gerade heraus zu reden pflegte, hatte sie ihm dies keineswegs verheimlicht, und das Ergebnis solcher Offenheit war gewesen, dass sie einander aus dem Wege gingen. Gehört hatte sie mehr von ihm, als ihr lieb war in dieser Zeit der Trennung. Man hatte ihr erzählt, wie er seine Frau vernachlässigte und wie gleichgültig er gegen seine Kinder war. Auch von den zwei älteren, schwächlichen, verkommenen, unbegabten Söhnen hatte sie mehr als genug erfahren. Gesehen hatte sie keinen von beiden im Leben, aber eines schönen Tages hatte sich in Loredale Park ein hübscher, schlanker, junger Mensch von etwa 18 Jahren eingefunden und hatte sich ihr als ihr Neffe Cedric Errol vorgestellt, der, da ihn sein Weg in diese Gegend geführt habe, nicht versäumen wolle, die Tante Konstantia zu besuchen, von der ihm seine längst verstorbene Mutter viel erzählt. Der guten Dame war dabei das Herz aufgegangen, und sie hatte den Neffen eine ganze Woche festgehalten und verhätschelt und über die Maßen bewundert und hatte ihn schließlich abreisen sehen in der bestimmten Hoffnung, den frohgemuten, warmherzigen, munteren Gesellen oft und viel wieder bei sich zu sehen. Das war aber nicht geschehen, denn er fand bei seiner Heimkehr den Vater in sehr ungnädiger Laune und erhielt den gemessenen Befehl, Loredale Park nicht wieder zu betreten. Trotzdem bewahrte ihm die Tante ein warmes Plätzchen in ihrem Herzen und wenn sie auch selbst die amerikanische Heirat für etwas übereilt hielt, war sie doch sehr entrüstet, als sie von der Verstoßung durch den Vater und Cedrics völlig im Abgeschnittensein hörte. Schließlich drang die Kunde von seinem Tode auch zu ihr und bald darauf erfuhr sie, dass Beavis infolge eines Sturzes vom Pferde und Maurice am römischen Fieber gestorben sein und schließlich war dann die Geschichte von dem aus Amerika herübergeholten Lord Fauntleroy aufgetaucht. Der wird wohl auch zugrunde gerichtet werden, sagte sie zu ihrem Manne, so gut wie die anderen, es müsste denn sein, dass die Mutter energisch und gescheit genug wäre, dem Alten das Gegengewicht zu halten. Als sie nun vollends erfuhr, dass diese Mutter gar nicht bei ihrem Kind sein durfte, fand sie gar keine Worte mehr für ihre Entrüstung. »Das ist doch himmelschreiend, Harry«, sagte sie, »stell dir doch vor, ein Kind in dem Alter von der Mutter weg und zu einem Manne wie mein Bruder. Entweder wird er barbarisch roh behandelt oder verwöhnt, dass sein Lebtag nichts Ordentliches mehr aus ihm werden kann. Wenn ich denken könnte, dass ein Brief etwas nutzen würde, so...« »Das wäre sicher nicht der Fall, Konstantia«, bemerkte Sir Harry. »Freilich nicht, dafür kennen wir seine Herrlichkeit. Aber ganz und gar abscheulich ist's.« Nicht nur bei den Pächtern des Grafen war viel von dem neuen Lord Fauntleroy die Rede, sondern der Ruf seiner Schönheit, Gutherzigkeit und seines zunehmenden Einflusses auf den Großvater drang bald in weitere Kreise und nach kurzer Zeit verbreiteten sich die kleinen Geschichten und Anekdötchen von ihm in den Landsitzen der englischen Aristokratie. Bei Dines gab er nicht selten das Gesprächsthema ab, die Damen ergingen sich in mitleidigen Betrachtungen über das Schicksal der jungen Mutter und hätten gar zu gern gewußt, ob der Knabe wirklich so hübsch sei, wie behauptet wurde, und wer den Grafen und seine Vergangenheit kannte, lachte herzlich über des kleinen Burschen treuherzigen Glauben an seines Großvaters Güte und Liebenswürdigkeit. Sir Thomas Ash war zufällig einmal in Earlborough gewesen und war Großvater und Enkel zu Pferde begegnet und hatte ersteren flüchtig begrüßt und ihn zu seinem guten Aussehen und der Ruhepause in seiner Gicht beglückwünscht. »Wie ein Truthahn hat sich der alte Sünder aufgebläht«, erzählte er nachher, »und zu verwundern ist es nicht, denn einen hübscheren Jungen als den amerikanischen Enkel habe ich wahrhaftig nie gesehen«, und auf seinem Pony saß das Kärchen stramm und sicher wie ein kleiner Husar. So hatte natürlich auch Lady Loredale vielerlei von dem Knaben gehört, und die Geschichten von Higgins, dem lahmen Kinde, dem Neubau von Grafenhof und viele andere riefen in ihr den lebhaften Wunsch hervor, ihn kennenzulernen. Während sie im Stillen ihre Pläne schmiedete, wie dies zu bewerkstelligen sei, traf zu ihrer unsäglichen Überraschung eine eigenhändige Einladung des Grafen für sie und ihren Gemahl ein. »Unerhört! Unglaublich!« rief sie ein übers andere Mal. »Nun ist kein Zweifel mehr, dass der Junge Wunder wirkt. Es heißt ja, mein Bruder vergöttere ihn und lasse ihn nicht mehr aus den Augen, und stolz und eitel sei er auf ihn, fahrhaftig. Ich glaube, er will ihn uns nur zeigen.« Angenommen wurde die Einladung, und kurze Zeit darauf trafen Sir Harry und seine Frau eines Nachmittags in Schloss Dorincourt ein. Es war schon ziemlich spät, und sie zogen sich, noch ehe sie den Hausherrn begrüßt hatten, auf ihre Zimmer zurück, um Toilette zum Diner zu machen. Als sie nachher den Salon betraten, stand der Graf in seiner imponierenden Größe am Kamin und neben ihm ein kleiner Junge mit einem großen Van Dyck-Kragen, welcher der neuen Tante aus einem Paar so ehrlicher brauner Augen ins Gesicht sah, dass sie kaum einen Ausruf freudiger Überraschung unterdrücken konnte. Als sie ihrem Bruder die Hand schüttelte, kam ihr unwillkürlich sein Vorname auf die Lippen, mit dem sie ihn seit Kindeszeiten nicht mehr angeredet hatte. »Wie, Molly New?« sagte sie. »Ist das der Junge?« »Gewiß, Konstantia«, erwiderte ihr Bruder. »Fontalroy, dies ist deine Großtante, Lady Loredale.« »Wie geht es dir, Großtante?« sagte Fortalroy. Sie legte die Hand auf seine Schulter, und nachdem sie einen Augenblick in das ihr zugewandte süße Gesicht geblickt hatte, küßte sie ihn herzlich. »Ich habe deinen armen Papa sehr lieb gehabt, und du siehst ihm ähnlich«, sagte sie bewegt. »Nenne du mich nur Tante, Tante Konstantia.« »Das freut mich, wenn man mir das sagt, denn es scheint, dass jedermann meinen Papa lieb gehabt hat.« »Ganz wie herzlieb auch.« »Tante Konstantia«, setzte er nach einer kleinen Pause nicht ohne Anstrengung hinzu. Lady Loredale war entzückt. Sie beugte sich noch einmal über ihn, um ihn zu küssen, und die Freundschaft war geschlossen. »Nun, Molly New«, sagte sie später zu dem Grafen, »besser hatte die Sache nicht ausfallen können.« »Das meine ich auch«, bemerkte ihr Bruder trocken. »Es ist ein hübscher kleiner Kerl, und wir sind sehr gute Freunde.« »Mich hält er für den sanftmütigsten, liebenswürdigsten Philanthropen der Welt.« »Da du es doch herauskriegen würdest, Konstantia, will ich dir's lieber gleich sagen. Der Junge kann mich alten Narren um den Finger wickeln.« »Und was hält seine Mutter von dir?« »Fragte Lady Loredale mit ihrer gewohnten Unverblümtheit.« »Das habe ich sie nicht gefragt«, versetzte der Graf mürrisch. »Höre, Bruder«, fuhr Lady Loredale fort. »Ich will von vornherein offen und ehrlich zu Werke gehen und dir nicht vorenthalten, daß ich deine Handlungsweise ganz und gar mißbillige und fest entschlossen bin, Mrs. Arrell meinen Besuch zu machen.« »Wenn du deshalb Streit mit mir anfangen willst, so sprich dich lieber jetzt gleich aus. Alles, was ich von dem jungen Frauchen höre, berechtigt mich zu der Annahme, daß sie den Jungen zu dem gemacht hat, was er ist. Sogar deine Pächtersleute sollen sie ja verehren wie eine Heilige.« »Sie vergöttern Cedric«, sagte der Graf. »Was Mrs. Arrell betrifft, so wirst du eine recht hübsche kleine Frau kennenlernen, und ich bin ihr eigentlich zu Dank verpflichtet, daß sie dem Jungen so viel von ihrer Schönheit abgegeben hat. Mit deinen Besuchen kannst du es nach Belieben halten, nur bitte ich mir aus, daß sie ruhig in Court Lodge bleibt, und daß du nicht etwa von mir verlangst, daß ich sie besuche.« »So schlimm ist es lange nicht mehr mit seinem Hasse«, äußerte sich Lady Lorydale nachher gegen ihren Gatten. »Er ist überhaupt auf dem Wege ein anderer Mensch zu werden, und unglaublich aber wahr, er kann zu guter Letzt noch ein Herz bekommen, alles durch seine Zuneigung für den unschuldigen goldigen kleinen Burschen.« »Das Kind hat ihn ja wirklich und wahrhaftig lieb. Er lehnt sich an sein Knie, wenn er mit ihm spricht. Milords eigene Kinder hätten sich eher bei einem Tiger niedergelassen.« »Mollynew, sie ist die bezauberndste, anmutigste Frau, die ich je gesehen habe«, erklärte Lady Lorydale ihrem Bruder, als sie am nächsten Tage von ihrem Besuche bei Mrs. Arrell zurückkam. »Ihre Stimme ist wie ein silbernes Glöckchen, und du dankst ihr alles, was du an dem Jungen hast, durchaus nicht nur die Schönheit. Dein größter Missgriff ist, daß du sie nicht herzlich bittest, bei dir zu wohnen und für dich zu sorgen. »Übrigens lade ich sie nach Lorydale ein.« »Sie trennt sich nicht so weit von dem Kinde«, bemerkte der Graf. »Dann muss der auch mitkommen«, erklärte Lady Lorydale lachend. »Sie wusste sehr wohl, dass Letzteres nicht zu erreichen gewesen wäre. Mit jedem Tage sah sie mehr und mehr, wie fest Großvater und Enkel aneinander hingen, und wie alles, was der raue alte Mann an Ehrgeiz, Hoffnung und Herzenswärme besaß, sich auf das Kind konzentrierte, dessen liebevolle, reine Seele diese Liebe vertrauensvoll und selbstverständlich erwiderte.« Sie wusste auch, daß die eigentliche Veranlassung, in Schloß Dorincourt nach Jahren der Einsamkeit wieder eine große Gesellschaft zu geben, keine andere war, als das Verlangen, der Welt den Enkel und Erben zu zeigen und sie zu überzeugen, daß der Junge, von dem so viel gesprochen und gefabelt wurde, alle diese Schilderungen noch weit hinter sich ließ. »Beavis und Maurice haben ihm so tiefe Demütigungen bereitet«, sagte Lady Lorydale zu ihrem Manne, »dass er sie förmlich gehaßt hat. Jetzt kann sein Stolz endlich einen Triumph feiern.« Angenommen wurde die Einladung von allen Seiten und wohl nirgends, ohne daß die Gebetenen in Bezug auf Lord Fauntleroy sehr neugierig waren und die Frage besprochen wurde, ob man ihn wohl zu sehen bekommen werde. Der Abend kam und Lord Fauntleroy war sichtbar. »Der Junge hat so gute Manieren«, entschuldigte der Graf diese etwas ungewöhnliche Anordnung seiner Schwester gegenüber. »Er wird niemand im Wege sein. Kinder sind in der Regel Dummköpfe oder Quälgeister, die meinigen waren beides, aber er kann antworten, wenn man mit ihm spricht, und schweigen, wenn dies nicht geschieht. Unangenehm bemerklich macht er sich nie.« Sein Talent zum Schweigen zu entwickeln, fand Fauntleroy wenig Gelegenheit, denn die ganze Gesellschaft schien es darauf abgesehen zu haben, ihn zum Reden zu bringen. Die Damen waren sehr zärtlich gegen ihn und hatten alles Mögliche zu fragen, und die Herren trieben ihren Scherz mit ihm, gerade wie es auf der Reise von Amerika an Bord des Dampfers gewesen war. Fauntleroy war sich zuweilen nicht klar, weshalb seine Antworten so herzliches Lachen hervorriefen, aber er hatte die Erfahrung ja schon öfter gemacht, dass die Leute lachen mussten, wenn es ihm vollkommen ernst war, und so ließ er sich nicht drausbringen, sondern freute sich des festlichen Abends von Herzen. Alles entzückte ihn, der Lichterglanz in den prächtigen Gemächern, die herrlichen Blumen, die jeden Raum schmückten, die fröhlichen Menschen, besonders aber die Damen mit den wunderbaren glänzenden Toiletten und den schimmernden Juwelen. Eine junge Dame war darunter, er hörte sagen, dass sie eben von London komme, wo sie die Saison mitgemacht, die war so bezaubernd, dass er kaum den Blick von ihr wenden konnte. Sie war ziemlich groß, und auf dem schlanken Halse saß ein stolzes, feines Köpfchen, von dunklem, weichem Haar umrahmt, mit großen, tiefblauen Augen und roten Lippen. Ihr ganzes Wesen hatte einen fremdartigen, wunderbaren Reiz, und weil eine Menge von Herren sie huldigend umringten und ängstlich bestrebt schienen Eindruck auf sie zu machen, nahm Cedric entschieden an, dass sie eine Prinzessin sein müsse. In seinem Bilderbuche hatte die Prinzessin ja auch ein weißes Atlas-Kleid und eine Perlenschnur um den Hals. Sein Interesse war so groß, dass er sich ihr halb unbewusst immer mehr näherte, bis sie sich endlich rasch zu ihm wandte. »Komm doch her, Lord Fondelroy«, sagte sie lächelnd, »und sage mir, weshalb du mich so ansiehst.« »Weil du so schön bist«, erwiderte seine Herrlichkeit unerschrocken. Die umstehenden Herren brachen in ein schallendes Gelächter aus, und auch die junge Dame lachte ein wenig und errötete kaum merklich. »Ach, Fauntleroy«, sagte einer der jungen Herren, »nutze nur deine Zeit gut. Wenn du älter bist, hast du nicht mehr den Mut, so was zu sagen.« »Aber das muß doch jedermann sagen«, erwiderte Fauntleroy mit seinem hellen Stimmchen. »Finden Sie denn nicht, dass sie schön ist?« »Wir dürfen aber nicht sagen, was wir denken«, versetzte der Gefragte unter erneuter Heiterkeit, so daß das schöne Mädchen, Miss Vivian Herbert, den etwas verdutzt reinblickenden Cedric schützend zu sich heranzog, wobei sie womöglich noch hübscher aussah als zuvor. »Lord Fauntleroy darf sagen, was er denkt, und ich freue mich darüber. Jedenfalls ist es sein voller Ernst«, erklärte sie und küßte ihn auf die Wange. »Ich glaube, dass du schöner bist als alle Menschen, die ich je gesehen habe«, sagte Cedric, sie voll tiefer Bewunderung ansehend. »Das heißt außer Herzlieb. Natürlich kann ich niemand ganz so schön finden wie Herzlieb.« »Du hast sicher recht«, stimmte Miß Vivian Herbert lachend bei. Sie ließ ihn den ganzen Abend nicht mehr von ihrer Seite, und der Kreis, dessen Mittelpunkt die beiden waren, tat sich durch besondere Heiterkeit hervor. Cedric konnte sich nachher nicht mehr genau darauf besinnen, wie es gekommen war. Allein plötzlich war er mittendrin, den Fackelzug bei der Präsidentenwahl zu schildern und von seinen Freunden Mr. Hobbs und Dick und Bridget zu erzählen, und schließlich zeigte er mit großem Stolz Dicks Abschiedsgeschenk das rotseidene Taschentuch. »Ich habe es heute zu mir gesteckt«, erklärte er wichtig, »weil Gesellschaft ist, und ich denke, es würde Dick freuen, wenn ich's in Gesellschaft trage.« Mit so großem Ernst und so inniger Zärtlichkeit sah er auf das für Dicks Geschmack nicht gerade empfehlende, feuerfarbene Ding mit den Hufeisen, das seine Zuhörer ihr Lächeln unterdrückten. Aber trotzdem Cedric so viel Beachtung zuteil wurde, machte er sich, wie der alte Herr vorher gesagt hatte, nie unangenehm bemerklich. Er konnte schweigen und ruhig zuhören, wenn andere sprachen, und so ward seine Gegenwart keinem Menschen lästig. Wenn er dann von Zeit zu Zeit neben seinem Großvater stand oder saß und ihm mit dem Ausdruck hingebender Bewunderung zuhörte, glitt ein leises Lächeln über mehr als ein Gesicht. Einmal hatte er sich so nahe an seinen Stuhl gedrängt, dass seine Wange des Grafen Schulter berührte, und dieser lächelte selbst, als er die allgemeine Aufmerksamkeit auf den kleinen Vorgang gerichtet sah. Wußte er doch zu genau, was die Zuschauer dabei dachten, und er fand entschieden eine geheime Befriedigung darin, dass die Leute sahen, welch gute Kameraden er und der Junge, der das landläufige Urteil über seinen Großvater so gar nicht teilte, geworden waren. Mr. Havisham war am Nachmittag schon erwartet worden, schien sich aber auffallenderweise verspätet zu haben, was ihm in den vielen, vielen Jahren, die er in Schloss Dorincourt verkehrte, noch nicht ein einziges Mal begegnet war. Er kam erst, als man eben im Begriffe stand, zu Tische zu gehen. Als er den Hausherrn begrüßte, sah ihn dieser mit einigem Staunen an, denn der gemessene, ruhige Mann war sichtlich erregt, und das scharf geschnittene alte Gesicht war blass. »Ich bin durch ein unvorhergesehenes Ereignis aufgehalten worden,« erklärte er dem Grafen seine Verspätung in leisem Tone. Aufgeregt zu sein lag so wenig in der Art des methodischen alten Geschäftsmannes wie zu spät kommen, und doch machte er sich heute dieser beiden Dinge schuldig. Bei Tische aß er kaum einen Bissen, und mehrmals, wenn er von seiner Nachbarin angeredet wurde, schien er aus tiefem Nachsinnen aufzufahren. Als Fauntleroy beim Nachtische hereinkam, blickte er ihn ein paar Mal mit einer gewissen Scheu und offenbar peinlich erregt an. Was Cedric wunderte, denn er und Mr. Havisham standen sonst auf sehr gutem Fuße und pflegten sich mit freundlichem Lächeln zu begrüßen, aber an diesem Abend schien der Advokat kein Lächeln fertigbringen zu können. Er war überhaupt nicht einen Augenblick imstande, den Gedanken an die peinvollen Mitteilungen, die er heute Nacht noch dem Grafen zu machen gezwungen war, in den Hintergrund treten zu lassen. Wusste er doch zu genau, welchen Stoß die befremdliche Nachricht, deren Überbringer er war, dem Herrn des Hauses versetzen und wie furchtbar dieselbe die gesamte Lage der Dinge verwandeln werde. Wenn er die festlich geschmückten herrlichen Räume und die glänzende Gesellschaft überflog, von welcher er besser als irgendjemand wusste, dass sie nur versammelt worden war, um den kleinen Blondkopf sich an seines Großvaters Knie schmieden zu sehen, wenn er den alten Mann ansah mit dem Ausdruck befriedigten Stolzes auf den harten Zügen und den kleinen Lord Fauntleroy mit dem sonnigen Kinderlächeln, da fühlte er sich tiefer erschüttert, als es sich für solch einen eingetrockneten alten Juristen geziemte. Auf welche Weise das feierliche, üppige Diner zu Ende ging, hätte er nicht angeben können. Er war wie in langem Traume befangen und fühlte nun mehr als einmal den Blick des Grafen fragend auf sich ruhen. Schließlich erhoben sich die Herren, um sich zu den schon nach dem Salon vorangegangenen Damen zu begeben, wo sie Lord Fauntleroy neben Miss Vivian Herbert der gefeiertsten Schönheit der diesjährigen Londoner Saison sitzend fanden. »Du bist so gut gegen mich, ich danke dir schön«, hörte man die helle Kinderstimme sagen. »Ich bin noch nie bei einer Gesellschaft gewesen und ich habe mich so furchtbar gut unterhalten.« Er hatte sich so furchtbar gut unterhalten, dass, als die jungen Herren sich nun abermals um Miss Herbert scharrten und fröhlich geplaudert wurde, ihm allmählich trotz seines angestrengten Bestrebens, die hin- und herfliegenden Witzworte zu verstehen, die Äuglein zufielen. Zwei- oder dreimal schon waren die Augenlider müde herabgesunken, aber immer hatte Miss Herberts leises, sympathisches Lachen ihn veranlaßt, wieder aufzublicken und sie anzusehen. Er war auch ganz entschlossen, um keinen Preis einzuschlafen, aber weil zufällig ein großes gelbes Atlaskissen hinter ihm lag, senkte sich das Köpfchen immer tiefer auf dasselbe und schließlich fielen die braunen, glückstrahlenden Augen fest zu. Er konnte sie auch nur ein ganz klein wenig aufmachen, als, wie es ihm vorkam, nach langer, langer Zeit ein leichter Kuss seine Wange streifte. »Gute Nacht, kleiner Lord Fondleroy«, flüsterte Miss Vivians süße Stimme an seinem Ohr, »schlaf wohl!« Am anderen Morgen wusste er nicht mehr, dass er mühsam die Augen halb geöffnet und schlaftrunken gemurmelt hatte. »Gute Nacht! Ich bin so froh, dass ich dich gesehen habe. Du, du bist so schön!« Nur ganz dunkel schwebte es ihm vor, dass er die Herren noch einmal hatte Lachen hören, ohne zu wissen, weshalb. Kaum hatte der letzte Gast sich empfohlen, als Mr. Havisham seinen Platz am Kamin verließ und zu dem Sofa trat, wo der Knabe schlafend lag. Der kleine Lord Fondleroy hatte sich höchst wohlig hingestreckt, die übereinandergeschlagenen Beinchen hingen über das Sofa herunter, der eine Arm war leicht um das Köpfchen gelegt, die Fülle der blonden Locken bedeckte das weiche, gelbseidene Kissen und der rührende Friede eines gesunden, traumlosen, tiefen Kinderschlafes lag auf dem rosig angehauchten Gesicht. Es war des Ansehens wohl wert, das kleine Bild. Mr. Havisham blickte lange darauf hin und rieb sich öfter als sonst das glatte Kinn mit der schmalen Hand und der Ausdruck großer Bekümmernis trat immer deutlicher auf seinen Zügen hervor. »Nun, Havisham«, fragte die raue Stimme des Grafen, »um was handelt es sich? Dass etwas vorgefallen sein muss, ist klar, heraus mit der Sprache.« Mr. Havisham wandte sich langsam und zögernd von dem schlafenden Kind ab. »Es sind schlimme Neuigkeiten, my Lord, deren Überbringer ich zu meinem größten Leidwesen sein muss. Höchst betrübende Dinge.« Dem Grafen war schon den ganzen Abend unheimlich zumute gewesen, so oft er seinen Anwalt angesehen hatte. Und dies beängstigende Gefühl machte ihn reizbar und verstimmt. »Weshalb starren Sie nur immer den Jungen an?« rief er heftig. »Den ganzen Abend haben Sie ihn im Auge behalten, als ob. So hängen Sie doch nicht immer den Kopf über ihn wie ein unheilverkündendes böses Omen. Mit Lord Fauntleroy werden doch Ihre Neuigkeiten nichts zu schaffen haben.« »Mei Lord, ich will ohne Umschweife zur Sache kommen. Gerade auf Lord Fauntleroy beziehen sich meine Mitteilungen. Und wenn dieselben sich als richtig erweisen, so ist der Knabe, der hier schläft, überhaupt nicht Lord Fauntleroy, sondern einfach Cedric Arrell. Und der wirkliche Lord Fauntleroy ist ein Kind ihres Sohnes Beavis und befindet sich in diesem Augenblick in einem Hotel Garny in London. Der Graf hatte krampfhaft mit beiden Händen die Armlehnen seines Stuhles umklammert, so dass die Adern dunkelblau darauf hervortraten, auch die Stirnader trat heraus, das Gesicht war totenblass. »Was wollen Sie damit sagen?« keuchte er. »Sind Sie wahnsinnig geworden? Das ist eine infame Lüge!« Wenn es eine Lüge ist, so sieht sie der Wahrheit zum Verwechseln ähnlich. Heute früh erschien eine Frau auf meinem Büro. Sie sagt aus, dass ihr Sohn Beavis sie vor sechs Jahren geheiratet habe, in London. Den Trauschein wies sie mir vor. Ein Jahr darauf trennten sie sich im Unfrieden, und er unterhielt sie ausreichend unter der Bedingung, dass sie ihm fernbleibe. Sie hat einen Knaben von fünf Jahren. Die Frau ist Amerikanerin von niederem Stande und wußte bis vor kurzem nicht, welche Ansprüche ihr Sohn erheben kann. Von einem Advokaten erfuhr sie dann, dass der Knabe rechtmäßiger Lord Fondleroy und Erbe der Grafschaft Dorincourt sei und macht nun natürlich ihre Ansprüche geltend. Das Lockenköpfchen auf dem gelbseidenen Kissen rührte sich. Ein tieferes Aufatmen wie ein schwerer Seufzer drang zwischen den halb geöffneten frischen Lippen hervor, verriet aber keine Unruhe. Seinen Schlummer störte es nicht, dass man beweisen wollte, dass er ein kleiner Usurpator sei und durchaus kein Lord Fondleroy und nie und nimmer ein Graf und Erbe von Dorincourt werden könne. Er legte einfach sein Gesichtchen auf die andere Seite, wo der alte Mann, der ihn so erschüttert anstarrte, ihn noch besser sehen konnte. Das Gesicht des Grafen war vollkommen verstört. Ein furchtbar bitteres Lächeln verzerrte seine Züge. »Ich würde trotz alledem und alledem kein Wort von der Geschichte glauben«, sprach er mühsam, »wenn es nicht ein so ganz und gar niederträchtiger Schurkenstreich wäre, der zum Wesen meines Sohnes so vollkommen stimmt. Er ist immer der Schandfleck unseres Namens gewesen, von jeher ein erbärmlicher, lasterhafter, ehrloser Wicht mit den gemeinsten Instinkten. »Mein Sohn und Erbe, Bivis, Lord Fondleroy. Die Frau ist eine ungebildete Person. Sie kann kaum ihren Namen schreiben, ist ohne jede Erziehung und ein unverblümt käufliches Geschöpf. In gewissem Sinne ist sie hübsch, aber...« Der vornehme alte Jurist hielt inne, offenbar von Widerwillen erfüllt. Dunkelrot und dick angeschwollen traten die Adern auf des Grafen Stirn hervor und eisige Schweißtropfen waren es, die er mit seinem Tuche wegwischen musste. Immer bitterer wurde dies fürchterliche Lächeln. »Und ich«, sagte er, »ich habe die, die andere Frau, die Mutter dieses Kindes von mir gewiesen. Ich habe mich geweigert, sie anzuerkennen, und die kann doch ihren Namen schreiben. Das ist vermutlich, was man Vergeltung nennt.« Plötzlich sprang er auf und schritt im Zimmer auf und ab, wilde, leidenschaftliche Reden ausstoßend. Wie der Sturm um einen alten Eichbaum so tobten Wut und Enttäuschung in des alten Mannes stolzem Herzen. Es war ein entsetzlicher Anblick, und doch entging Mr. Havisham nicht, dass er auch im wildesten Ausbruch seines Schmerzes der kleinen schlafenden Kindergestalt nicht vergaß und seine zornerstickte Stimme sorgsam dämpfte. »Ich hätte es ja wissen können, dass sie mir auch übers Grab hinaus Schande antun würden, die Söhne, die mir im Leben nichts anderes bereitet haben. Wie habe ich sie gehasst und sie mich? Bivis war der Schlimmere von den beiden, und doch, ich will, ich will es noch nicht glauben, ich will dagegen ankämpfen, solange ich kann, aber es sieht Bivis ähnlich, es ist meines Sohnes Art.« Dann tobte er von neuem und immer hin- und hergehend stellte er eine Menge Fragen in Bezug auf die Frau und ihre Beweismittel und dunkle Glut überzog nun das vorher aschfarbene Gesicht. Als er zuletzt alles erfahren hatte, was zu sagen war und auch das Schlimmste wußte, überkam Mr. Havisham eine große Angst, so verändert, gebrochen und verstört sah der alte Mann aus. Seine Wutanfälle waren jederzeit unheilvoll für seine Gesundheit gewesen, dieser aber war gefährlicher als alle früheren, weil noch ein anderes als Zorn und Wut dabei mitsprach. Endlich wurde sein Schritt langsamer, und dann blieb er vor dem Sofa stehen. »Wenn einer mir gesagt hätte, dass ich mein Herz an ein Kind hängen könnte,« sagte er, und die harte Stimme war schwach und unsicher. »Ich würde ihn für einen Narren gehalten haben. Ich habe Kinder immer verabscheut, meine eigenen in erster Linie. Den Jungen habe ich lieb, und er hat mich lieb. Das kann ich von wenig Menschen sagen, aber von ihm. Er hat sich nie vor mir gefürchtet. Er hat vom ersten Augenblick an unverbrüchlich an mich geglaubt. Das weiß ich, dass er meine Stellung besser ausgefüllt haben würde, als ich es je getan habe. Er hätte dem Namen Ehre gemacht. Er beugte sich über das süße, friedlich schlummernde Gesicht. Die dichten Augenbrauen waren finster zusammengezogen, aber trotzdem hätte sein Gesicht in diesem Augenblicke niemand Furcht eingeflößt. Er strich leise das blonde Haar von der reinen, klaren Stirn, dann drückte er rasch auf die Klingel. »Tragen Sie,« sagte er auf das Sofa, deutend zu dem eintretenden Diener, »tragen Sie Lord Fauntleroy auf sein Zimmer.« »Seine Stimme habe sonderbar geklungen,« dachte der Mann. Ende von Abschnitt 9 Gelesen von IFA K. Amerika in Ängsten Nachdem Mr. Hobbs von seinem jungen Freunde Abschied genommen hatte und nun von Tag zu Tage mehr zur Erkenntnis kam, dass der Atlantische Ozean zwischen ihm und dem kleinen liebenswürdigen Kameraden lag, fing es in der gemischten Warenhandlung an, trübselig auszusehen. Mr. Hobbs gehörte weder zu den hervorragenden Intelligenzen noch zu den gesellschaftlichen Umgangsmenschen und hatte mit seiner schwerfälligen Art nie viele Verbindungen anzuknüpfen verstanden. Er war viel zu phlegmatisch, um sich auf irgendeine Weise an Vergnügungen zu beteiligen, und seine einzige Unterhaltung bestand im Studium der Zeitung, während seine geistige Arbeit sich auf seine nicht gerade korrekte Buchführung beschränkte. Letztere hatte ihre Schwierigkeiten, denn das Addieren langer Zahlenreihen war des würdigen Mannes Stärke eben nicht und zuweilen dauerte es sehr lange, bis er damit ins Reine kam. In der schönen, nun für immer dahingeschwundenen Zeit ihrer Freundschaft hatte der kleine Lord Fauntleroy, der ganz nett auf der Schiefertafel rechnen konnte, hier und da ausgeholfen und das saure Werk gefördert, und dann war er ein so geduldiger, aufmerksamer Zuhörer gewesen und hatte sich für alles, was in den Zeitungen stand, aufrichtig dressiert, und wie gläubig hatte er Mr. Hobbes' Ansichten über die Revolution und die Engländer, die Präsidentenwahl und alle Parteifragen entgegengenommen. Kein Wunder, dass er in dem Leben des würdigen Krämers eine gähnende Lücke hinterlassen hatte. Anfangs war es dem vereinsamten Freunde vorgekommen, als ob Cedric gar nicht so weit weg sei und stündlich wiederkehren könnte, als ob es nicht anders sein könnte, als dass er eines Tages, von seiner Schreiberei aufblickend, den kleinen Burschen unter der Ladentür stehen sehen würde, in dem weißen Anzug mit den roten Strümpfen, den Hut im Nacken sitzend und mit seinem hellen Stimmchen das bekannte »Hallo, Mr. Hobbes, heißer Tag heute, nicht?« rufend. Aber als ein Tag um den anderen verging und dieses erfreuliche Ereignis nicht eintrat, da wurde es Mr. Hobbes traurig und unheimlich ums Herz. Nicht einmal an seiner Zeitung fand er den rechten Genuß und oft und viel legte er das Blatt, nachdem er es durchgelesen, auf den Schoß und blickte lange, in Wehmut und trübselige Gedanken versunken auf die hohen, gespreizten Beine des Stuhles an seiner Seite, deren Anblick ihn noch weicher und melancholischer stimmte. Trugen diese hohen Stuhlbeine doch tiefe Eindrücke von den kleinen Schuhen des edlen Lord Fauntleroy, künftigen Grafen Dorincourt, dessen blaues Blut ihn merkwürdigerweise nicht abgehalten hatte, im Eifer des Gespräches mit den Beinen zu baumeln und die Absätze kräftig gegen das Stuhlbein zu schlagen. Wenn Mr. Hobbes lange genug auf diese geweihten Fußspuren geblickt hatte, dann zog er wohl die goldene Uhr aus der Westentasche, öffnete sie und las die Inschrift. Mr. Hobbes von seinem ältesten Freunde Lord Fauntleroy, die Uhr, sie spricht, vergiss mich nicht. Worauf er sie mit lautem Knacksen zudrückte, tief aufseufzte und unter die Ladentür trat, von wo er in geschmackvoller Umrahmung durch Kartoffelsäcke und Äpfelkisten die Straße entlang blickte. Abends, wenn das Geschäft geschlossen war, zündete er dann wohl seine Pfeife an und spazierte wuchtigen, bedächtigen Schrittes bis an das kleine Haus, das Cedric bewohnt hatte und das mit seinem weißen Zettel zu vermieten, gar öde und unwohnlich dreinschaute, sah dran hinauf, schüttelte den Kopf, paffte mächtige Rauchwolken aus seiner Pfeife und wandelte gepressten Herzens wieder nach Hause. So gingen zwei oder drei Wochen dahin, ehe ein neuer Gedanke in ihm aufdämmerte. Mr. Hobbs' Gedanken hatten stets einen gründlichen, langwierigen Entwicklungsprozess durchzumachen und wenn einmal wirklich einer ins Leben getreten war, pflegte er ihn so unbequem zu finden wie ein paar neuer Stiefel. Nachdem sich aber sein Gemütszustand in dieser Zeit eher verschlimmert als gebessert hatte, gedieh ein ganz nagelneuer Plan schließlich zur Reife. Er wollte dick aufsuchen. Es war gut, dass er den Tabak seinem eigenen Geschäft entnehmen konnte, denn er mußte unzählige Pfeifen rauchen, bis er zu diesem festen Entschlusse gelangte. Er wollte dick aufsuchen. Cedric hatte ihm viel von dem Freunde erzählt und es lebte ein unbestimmtes Gefühl in ihm, dass er vielleicht in dick einigen Ersatz und einige Erleichterung für sein Mitteilungsbedürfnis finden konnte. Als dick eines Tages mit größter Energie die Gehwerkzeuge eines Kunden bearbeitete, ereignete es sich, dass ein untersetzter, stämmiger Mann mit einem runden Kopfe und spärlichen Haaren auf dem Trottoir stehen blieb und unverwandt Dicks Schuhputzerzeichen anstarrte und die Inschrift »Professor Dick Tipton Schwarzkünstler« studierte, was endlich Dicks Interesse lebhaft erregte und ihn, nachdem der erste Kunde einstweilen im Besitze spiegelblanker Stiefel abgezogen war, zu der Frage veranlaßte »Stiefelwichsen, Sir?« Mit entschlossener Miene trat der Mann vor und setzte den Fuß auf die kleine Bank. »Ja«, sagte er bestimmt. »Während Dick sein Kunstwerk mit Eifer begann, sah der breitschulterige Mann bald ihn bald das Schild aufmerksam an. »Woher haben Sie das Ding?«, fragte er. »Von einem Freunde von mir«, erwiderte Dick, »von einem Knirps, hat mir die ganze Einrichtung geschenkt, war der beste kleine Kerl, den es gibt, ist in England jetzt, soll so ein, so ein Lord werden da drüben.« »Law, Lord?«, fragte Mr. Hobbs mit bedeutsamer Langsamkeit. »Lord Fauntleroy, hm?« »Künftiger Graf Dorincourt.« Um ein Haar hatte Dick die Bürste fallen lassen. »Donnerwetter«, rief er, »Sie kennen ihn!« »Ich habe ihn gekannt«, versicherte Mr. Hobbs, sich die feuchte Stirn trocknend, »Seit er überhaupt auf der Welt ist.« Jugendfreunde. »Ja, Jugendfreunde sind wir gewesen.« Es verursachte ihm wirklich eine gewisse Gemütsbewegung, von seinem Freunde zu sprechen, er zog die prachtvolle goldene Uhr aus der Tasche, klappte den Deckel auf und wies Dick die Inschrift. »Das war's, was er mir als Andenken gab vor der Abreise. »Ich will nicht, dass Sie mich vergessen«, so hat er Wort für Wort gesagt. hätte ihn auch nicht vergessen meiner seel fuhr er kopfschüttelnd fort wenn er mir auch kein andenken gegeben hätte und wenn ich auch mein lebtag nichts mehr von ihm zu sehen kriegte den vergißt keiner der netteste bursche war er stimmte dick bei den die sonne je gesehen hat und grütze im kopf hab mein lebtag nicht so viel grütze bei so einem knirps gesehen habe große stücke auf ihn gehalten das ist wahr wir sind auch freunde gewesen so auf eine art das will ich meinen seinen ball habe ich ihm unter einer kutsche vorgeholt und das das hat er mir nie nicht vergessen der kleine kerl und da ist er heruntergekommen zu mir mit seiner mutter oder seiner mamsell und dann schrie er hallo dick als ob er ein sechs fuß hoher bengel wäre und gerade der rechte kamerad für mich und dabei war der guck in die welt nicht so hoch wie mein kasten und steckte noch im mädelsrocke ein fydeles kleines haus war es und wenn es einem einmal schief ging tat es einem gut mit ihm zu diskutieren so ist's bestätigte mr hobbs und sünd und schand ist's aus dem einen grafen zu machen der hätt zu was gebracht in der späzereibranche oder auch im ellenwarengeschäft aus dem hätte sich was machen lassen und er schüttelte sein massives haupt mit tiefem ehrlichem bedauern es zeigte sich bald dass die neuen bekannten so viel miteinander zu besprechen hatten dass die sache sich nicht auf der straße abmachen ließ und so wurde verabredet dass dick am folgenden abend sich bei mr hobbs im geschäft einfinden sollte was dem jungen manne außerordentlich einleuchtete er war ein kind der straße von klein auf aber in ihm lebte von jeher eine gewisse sehnsucht nach einer ehrbaren bürgerlichen existenz seit er sein gewerbe allein betrieb hatte sich seine einnahme so ansehnlich gesteigert dass er sich ein nachtlager unter dach und fach gönnen konnte und keine haustreppen mehr als solches zu benutzen gezwungen war und allmählich gestattete er sich auch den luxus pläne zu schmieden und nach noch höherem zu streben die einladung zu einem so umfangreichen ansehnlichen manne der einen eigenen laden und sogar wagen und pferde zur beförderung seiner waren besaß war ein bedeutender schritt auf dem wege zu einer höheren lebensstellung ist ihnen über grafen und schlösser vieles bekannt erkundigte sich mr hobbs ich möchte gern mehr einzelheiten über diese sachen wissen in der penny story gazette kommt eine geschichte wo sich's um vornehme leute handelt sie heißt das verbrechen einer krone oder die rache der gräfin may kurioses zeug ist's aber ganz famos ein paar von uns lesen's bringen sie mir das blatt mit ich will's bezahlen erklärte mr hobbs mit würde bringen sie mir alles wo ein graf drin vorkommt und wenn's kein graf ist so tut's auch ein marquis oder ein herzog obwohl er allerdings immer nur von einem grafen gesprochen hat über grafen kronen haben wir uns auch unterhalten gesehen habe ich aber nie welche denkt mir hier herum sind keine zu haben wenn's einer hätte wär's tiffany sagte dick weiß aber nicht ob ich sie kennen würde wenn ich eine zu sehen kriegte mr hobbs fand es nicht für nötig zu gestehen dass er selbst auch keine vorstellung von der beschaffenheit eines solchen dings habe sondern schüttelte nur bedächtig den kopf und bemerkte vermutlich keine nachfrage nach dem artikel bei uns womit die tiefsinnige frage ihre erledigung gefunden hatte damit war der anfang zu einer freundschaft gemacht die für den einen teil auch ihre materiellen vorteile hatte denn mr hobbs nahm seinen neuen bekannten mit großer gastfreundschaft auf er stellte ihm einen stuhl nahe an die türe in der unmittelbaren nachbarschaft des großen apfelfasses und nachdem der besucher platz genommen sagte er mit einer einladenden handbewegung versehen sie sich er besah sich dann die mitgebrachten blätter mit dem grafenroman sie lasen einen teil der geschichte miteinander und besprachen die verhältnisse der englischen aristokratie mit großer sachkenntnis mr hobbs dampfte sein edles kraut dabei und schüttelte sehr häufig das rundliche haupt am häufigsten als er dem mitfühlenden dick die denkwürdigen scharten an den hohen stuhlbeinen vorwies die kommen von seinen füßchen sagte er nachdrücklich ich sitze oft stundenlang da und sehe mir sie an ja ja in dieser welt geht's bald auf bald ab mit uns da saß er und knabberte bisquits aus der büchse und äpfel aus dem fass und warf das kerngehäuse auf die straße naus und jetzt sitzt er in einem schlosse und ist ein lord die scharten da an dem stuhl haben eines lords stiefel geschlagen manchmal wenn ich daran denk muß ich immer wieder sagen da will ich mich doch gleich räuchern lassen diese betrachtungen und dicks besuch schienen seinem gemüt eine große wohltat zu gewähren ehe dick sich empfahl ward in dem kleinen ladenstübchen eine mahlzeit bestehend aus bisquits käse sardinen und einigen anderen artikeln der handlung abgehalten und mr hobbs öffnete nicht ohne eine gewisse feierlichkeit eine halbe weinflasche und goß die gläser voll sein wohl sprach er und er soll denen drüben was zu raten aufgeben den grafen und marquisen und wie das volk heißt von da an ward der verkehr fleißig fortgesetzt und mr hobbs fühlte sich nun weit weniger vereinsamt und verlassen sie lasen die pennystory gazette und vieles andere miteinander und nahmen sichtlich zu an verständnis für die vornehme welt und zwar in einer weise welche für die verhassten aristokraten manches überraschende gehabt haben würde eines tages raffte sich mr hobbs sogar zu einem richtigen bücherkauf auf und setzte den in der buchhandlung tätigen jungen mann durch seine frage nach einem buche über grafen in einiges erstaunen nachdem lang über ein derartiges literarisches erzeugnis hin und her geredet worden war und verschiedene missverständnisse sich aufgehellt hatten trat mr hobbs im besitz von der tower von london von mr harrison ainsworth hochbefriedigt den rückweg an sobald dick erschien machten sie sich über die neue erwerbung her und es zeigte sich dass es ein höchst wunderbares und spannendes buch war welches in der zeit der sogenannten blutigen maria spielte als sie nach und nach daraus ersahen wie sehr es zu den liebhabereien dieser englischen königin gehört hatte den leuten die köpfe abzuhacken und sie lebendig zu verbrennen geriet mr hobbs in große unruhe freilich hatten seine zeitungen soviel er sich erinnern konnte aus unserer zeit derartige dinge nicht gemeldet aber was ließ sich nicht erwarten von einem land das einmal eine solche königin hervorgebracht hatte und das auch jetzt wieder unter der oberhoheit eines weiblichen wesens stand was mr hobbs in seiner eigenschaft als überzeugter junggeselle ohnehin nicht billigen konnte was ließ sich erwarten von einem volk das wie mr hobbs hatte sagen hören nicht einmal den vierten juli feierte mehrere tage trug mr hobbs bange sorge im herzen und erst als fauntleroys brief eintraf wurde ihm etwas leichter zumut er las ihn mehrmals für sich allein und mit dick und auch den brief welchen dick um dieselbe zeit erhielt studierte er gründlich beide waren sehr glücklich im besitz dieser schriftstücke deren inhalt und wortlaut sie eingehend miteinander besprachen die antworten nahmen tage in anspruch und wurden fast ebenso oft überlesen und überlegt wie die kürzlich empfangenen briefe für dick war es ohnehin kein leichtes stück arbeit einen brief zu schreiben was er von den geheimnissen der lese und schreibkunst sein eigen nannte hatte er in ein paar monaten in denen er eine abendschule besuchen konnte erworben es war zu der zeit gewesen als er mit seinem älteren bruder zusammen lebte er war ein aufgeweckter bursche und hatte diese einzige gelegenheit sich zu bilden wohl zu benutzen gewußt und sich von da an durch anfangs äußerst mühsames zeitungslesen weitergeholfen das schreiben aber konnte nur durch gelegentliche versuche mit einem kreidestücke auf mauern oder trottoir fortgesetzt werden er erzählte mr hobbs vieles von seinem leben und dem älteren bruder der nach kräften gut gegen ihn gewesen war nachdem er als kleiner kerl schon vater und mutter verloren hatte der bruder hieß ben und hatte sich des kleinen angenommen soviel er eben konnte bis dick alt genug war um zeitungen in der straße feil zu halten sie hatten sich nie getrennt und ben hatte sich ganz ordentlich durchgearbeitet und schließlich einen anständigen posten in einem laden errungen und dann rief dick noch in der erinnerung empört muss ihn der teufel reiten dass er heiratet einfach verrückt wird er über ein mädel und mir nichts dir nichts wird geheiratet und eine nette sorte war's der aufgelegte feuerteufel wenn die in wut kam schlug sie einfach alles zusammen und wütend war sie schier den ganzen tag ihr kind gerade so der balg plärrte tag und nacht und wenn ich ihn nicht rumschleppen wollte und das ding quiekste da flog mir's an den kopf einmal war's ein teller der traf aber nicht mich sondern den jungen und hat ihm's kinn zerschnitten das es zum erbarmen war die narbe behält er sein leben lang hat der doktor gesagt ne kuriose mutter war die zum henker haben wir ein höllenleben gehabt alle drei ben und ich und das wurm über ben ging's den ganzen tag los weil er nicht mehr zusammenbrachte schließlich wollte er's mit was anderem im westen probieren mit viehhandel kaum ist er eine woche fort und ich komm abends heim vom zeitungsverkaufen wupp sind die stuben leer die frau im hause aber sagt mir dame minna sei mir nichts dir nichts auf und davon hast du nicht gesehen irgendwer hat behauptet sie sei übers wasser um bei einer dame kindsfrau zu werden nett für die fort und verschwunden war sie und weder ben noch ich hörten mehr was von ihr ich an seiner stell wär froh gewesen die los zu sein aber er war's nicht du lieber himmel war der verliebt bis über die ohren wenigstens im anfang na sauber war sie wenn sie aufgeputzt war und gerad nicht in wut ein paar pechschwarze augen im kopfe und schwarzes haar bis zu den knien das hat sie zu einem strick gedreht dick wie mein arm sag ich ihnen und um den kopf rumgelegt weiß nicht wie oft herr und die augen wenn sie so damit anblitzen wollte es hieß sie sei halb italienisch ihre eltern kamen von dort drum sei sie so schief gewickelt das war eine person na sowas ben schrieb seinem bruder hie und da aus dem westen lang war es ihm schlecht genug ergangen und er hatte viel umherwandern müssen schließlich aber hatte er sich in kalifornien auf einer farm wo die viehzucht im großen betrieben wurde festgesetzt und hatte um die zeit als dicks beziehungen zu mr hobbs angeknüpft wurden seinen regelmäßigen verdienst das weib das hat ihn um seine fünf sinne gebracht sagte dick mir hat der arme teufel oft leid getan sie saßen eben miteinander unter der ladentüre und mr hobbs stopfte seine pfeife er hätte nicht heiraten sollen sprach er orakelhaft während er aufstand um sich ein zündhölzchen zu holen weiber ich für mein teil hab nie begreifen können zu was die gut sein sollen während er das zündhölzchen bedächtig aus der schachtel nahm warf er einen blick auf sein pult zum kuckuck rief er da liegt ja ein brief habt ihn vorhin gar nicht gesehen der briefträger hat ihn wohl nur so hingelegt oder hat die zeitung darüber gelegen er nahm ihn auf und studierte die adresse der ist ja von ihm lautete seine ansicht von ihm und von keinem andern die pfeife war vergessen ganz aufgeregt setzte er sich wieder zog sein taschenmesser heraus und schnitt mit liebevoller vorsicht das kuvert auf will nur sehen was er diesmal neues weiß bemerkte er dann entfaltete er das blatt und las seinem neuen freunde folgendes vor schloss dorincourt mein lieber mr hobbs ich schreibe das in großer eile weil ich ihnen etwas wunderliches zu sagen habe worüber sie sich sehr erstaunen würden mein lieber freund wenn sie es hören es ist alles ein irrtum und ich bin kein lord und ich muss nie ein graf werden weil eine dame da ist die war mit meinem onkel bivis verheiratet der jetzt tot ist und sie hat einen kleinen sohn und der ist lord fauntleroy denn so ist es in england dass der kleine sohn von dem ältesten sohn des grafen graf wird wenn alle anderen tot sind ich meine wenn sein vater und großvater tot sind mein großvater ist nicht tot aber mein onkel bivis und deshalb ist sein sohn lord fauntleroy weil mein vater der jüngste sohn gewesen ist und meine name ist cedric arrell ganz wie früher in new york und alles gehört dem andern knaben im anfang habe ich gedacht ich müsse auch meinen pony und meinen wagen geben aber mein großvater hat gesagt das müsse ich nicht und meinem großvater tut es sehr leid und ich glaube er hat die dame gar nicht sehr gerne aber vielleicht denkt er das herz lieb und ich traurig sein weil ich kein graf werde ich würde jetzt viel lieber ein graf werden als im anfang weil dies ein schönes schloß ist und ich alle leute lieb habe und wenn man reich ist kann man so vieles tun und bin jetzt nicht reich weil mein papa nur der jüngste sohn ist und der jüngste sohn ist nie sehr reich ich will deshalb arbeiten lernen damit ich für herzlieb sorgen kann ich habe mit wilkins gesprochen vielleicht kann ich reitknecht werden oder kutscher weil ich die pferde sehr lieb habe die dame hat ihren kleinen sohn in das schloss gebracht und mein großvater und mr havisham haben mit ihr gesprochen ich glaube sie ist sehr böse geworden und hat sehr laut gesprochen und mein großvater ist auch sehr böse geworden und vorher habe ich ihn nie böse gesehen ich habe gedacht ich will es ihnen und dick nur schnell erzählen weil es sie sehr dressieren wird herzlich grüßt ihr alter freund cedric arrell in klammern nicht lord mr hobbs sank in seinen stuhl zurück der brief zitterte in seiner hand federmesser und kuvert glitten an die erde da bin ich doch gleich geräuchert worden stieß er hervor so groß war sein schreck daß sein lieblingsausspruch eine andere form annahm vielleicht war er auch geräuchert in dieser stunde kein mensch kann so etwas wissen na sagte dick da wäre also die ganze herrlichkeit futsch nicht futsch wiederholte mr hobbs mit grabesstimme und eine abgekaterte geschichte ist's von dem britischen aristokratenvolk den jungen auszuräubern weil er ein amerikaner das ist meine meinung die kerls haben einen haß gegen uns von der revolution her und an ihm lassen sie's aus hab ich's ihnen nicht gesagt als wir von der wirtschaft von den königinnen da drüben lasen der junge ist da nicht sicher na da haben wir es ja vermutlich steckt die ganze regierung dahinter uns ist eine verschwörung um dem jungen sein recht zu nehmen die aufregung war groß anfangs hatten ihm die veränderten lebensumstände seines jungen freundes keineswegs eingeleuchtet neuerdings hatte er sich mehr mit dem gedanken befreundet und nach empfang von cedrics brief hatte sich sogar eine geheime genugtuung über dessen standes erhöhung fühlbar gemacht über grafen konnte man ja denken wie man wollte aber dass der reichtum seine vorzüge hat wird sogar in amerika anerkannt und wenn so großer besitz zu dem titel gehörte so war es doch schwer denselben wieder abzutreten plündern wollen sie ihn ganz einfach rief er und wer das geld hätte müsste ohne weiteres nach ihm sehen und ihm zu hilfe kommen bis tief in die nacht hinein zog sich diesmal dicks besuch hin und schließlich gab ihm mr hobbs noch das geleit bis an die ecke der straße wo er dann eine weile stehen blieb und auf das wehmütige immer noch vorhandene plakat zu vermieten hinstarrte bis er endlich in tiefer bekümmernis seine pfeife zu ende rauchte ende von abschnitt 10 gelesen von eva k abschnitt elf von der kleine lord von frances hodgson burnett diese librivox aufnahme ist in der public domain elftes kapitel die nebenbuhler wenige tage nach dem großen diner auf schloß dorincourt war jedem zeitungsleser in england die romanhafte geschichte welche sich in der familie des grafen zutrug in allen einzelheiten bekannt es war ein höchst brauchbarer stoff für die presse der kleine amerikaner der urplötzlich nach england gebracht worden war um keinen geringeren namen als den eines lord fauntleroy zu tragen und der durch seine schönheit alle herren gewann der alte bärbeißige graf der so stolz war auf diesen erben die schöne mutter der nie vergeben worden daß kapitän arrol sie geliebt und zu seiner frau gemacht hatte einerseits und dann die seltsame heirat des verstorbenen lord fauntleroy und die seltsame frau von der niemand etwas wußte und die plötzlich auf dem schauplatz erschienen war um die rechte eines lord fauntleroy für ihren sohn in anspruch zu nehmen andererseits daraus ließen sich die packendsten feuilletons und sogar leitartikel mit leichtigkeit gestalten dann tauchte das gerücht auf daß der graf von dorincourt mit dieser wendung der dinge keineswegs einverstanden und fest entschlossen sei die ansprüche jener frau mit hilfe des gesetzes zu vernichten so daß ein großer sensationsprozess zu erwarten stehe in der grafschaft selbst hatte man noch nie eine derartige aufregung erlebt an markttagen standen die leute stundenlang beieinander und berechneten alle wahrscheinlichkeiten und möglichkeiten des unerhörten falls die pächtersfrauen luden einander auffällig häufig zum tee ein und tauschten aus was jede gehört hatte und teilten einander ihre eigenen ansichten und die von andern leuten mit über den zorn des grafen waren haarsträubende geschichten im umlaufe und daß er um keinen preis den neuen erben anerkennen werde wußte jedermann so gut wie daß er die mutter desselben tödlich haßte am genauesten unterrichtet war natürlich wieder einmal mrs dibble und die frequenz ihres geschäfts steigerte sich in diesen erregten tagen abermals bedeutend schief wird's gehen meinte sie und wenn sie mich fragen so sag ich es ist die strafe dafür daß er die herzgute junge kreatur so schlecht behandelt hat und ihr das kind genommen in den ist er jetzt ganz vernarrt und hat sein hoffertiges herz an ihn gehängt und deshalb bringt ihn die geschichte schier um und was ihm auch hart eingeht aber ganz recht geschieht die neue da sie ist keine feine dame wie des kleinen lords mama ein freches schwarzäugiges ding ist's und mr thomas sagt was ein feiner diener ist wird sich von so einer nie nichts sagen lassen und an dem tage wo die madame ins haus kommt packt er seine sieben sachen ach du lieber gott und der jung so verschieden von dem kleinen lord wie tag und nacht was aus der sache noch kommen wird das weiß kein mensch gott steh uns bei keinen blutstropfen hätt ich von mir gegeben wenn sie mich mit nadeln gestochen hätten so kreideweiß bin ich vor schreck gewesen wie die jane mir's erzählt hat auch im schloss selbst trat keine ruhe ein in der bibliothek saßen der graf und mr havisham in endlosen aufgeregten beratungen beieinander im dienerschaftssaal waren mr thomas und der haushofmeister zu allen tageszeiten in ernsten gesprächen zu treffen dem die anderen andächtig lauschten und im stalle waltete wilkins in sehr gedrückter stimmung seines amtes bürstete den braunen pony noch viel sorgfältiger als je und versicherte dem kutscher immer wieder daß er nie einen jungen herrn reiten gelehrt habe dem die edle kunst so natürlich gewesen sei und daß dies ausnahmsweise einer sei bei dem sich's lohne hinterdrein zu reiten inmitten all der bekümmernis und not blieb nur ein herz ruhig und unberührt von sorge und das war das kleine herz lord forndelroys der nun bald kein lord mehr sein sollte als man ihm die lage der dinge erstmals auseinander gesetzt hatte war er sehr bestürzt und bekümmert gewesen es zeigte sich jedoch bald dass diesem gefühle kein gekränkter ehrgeiz zugrunde lag auf einem stuhle sitzend die händchen um die knie geschlungen wie es seine gewohnheit war hörte er dem grafen zu als dieser ihm von dem unliebsamen ereignis mitteilte soviel er für nötig hielt wobei cedric allmählich immer ernsthafter dreinschaute mir mir ist ganz wunderlich zumut sagte er als der graf zu ende war schweigend blickte der alte mann auf das kind ihm war auch wunderlich zumut so wunderlich wie nie zuvor im leben umso mehr als er nun das sonst so sonnige glückliche kindergesicht ängstlich und erschrocken vor sich sah werden sie herzlieb ihr haus nehmen und und ihren wagen fragte cedric mit etwas unsicherem stimmchen nein rief der graf sehr bestimmt und merkwürdig laut hier können sie nichts nehmen ach sagte cedric sichtlich erleichtert das können sie nicht dann sah er den großvater fest an und es lag ein tiefer schatten in den braunen augen wird dann begann er stockend wird dann der andere wird der dann dein junge sein so wie ich nein ertönte es mit so mächtiger stimme dass cedric zusammenschreckte nein wiederholte er fragend ich ich hab gedacht dass plötzlich stand er auf kann ich dein junge bleiben auch wenn ich kein graf werde willst du's dass ich dein junge bleibe jeder zug des kleinen gesichts drückte die höchste spannung aus wie der alte graf ihn ansah von kopf bis zu fuß wie sich die buschigen augenbrauen zusammenzogen und wie die feurigen augen so wunderlich darunter vorleuchteten mein junge sprach er und seine stimme klang seltsam gebrochen rauh und heiser und trotzdem er noch bestimmter und gebieterischer sprach als vorher wollte sie nicht so ganz fest bleiben ja mein junge bleibst du solange ich lebe und bei gott mir ist's oft als wärst du der einzige junge den ich je gehabt habe bis unter die haarwurzeln war cedric von glut übergossen nichts als freude und herzenserleichterung mit sehr entschlossener miene vergrub er die händchen in den tiefen seiner taschen und sah seinem großvater ehrlich ins gesicht nun dann weißt du erklärte er dann mache ich mir gar nichts daraus dass ich kein graf werde darauf kommt mir's gewiß nicht an ich habe nur gedacht siehst du ich habe gedacht dass der welcher graf wird auch dein junge sein müsse und ich's also nicht mehr sein könne deshalb ist mir so so wunderlich zumut gewesen der graf legte die hand auf seine schulter und zog ihn zu sich heran nichts gar nichts sollen sie dir nehmen von dem was ich für dich behaupten kann sagte er mühsam atmend und ich will es nicht glauben dass sie dir überhaupt etwas nehmen können du bist für die stellung geschaffen und du sollst sie ausfüllen trotz alledem wie es aber auch kommen mag das worüber ich frei verfügen kann sollst du haben alles es war nicht mehr als ob er zu dem knaben spräche es war als ob er sich selbst gegenüber ein gelübde ablege wie tief seine liebe zu dem enkel und sein stolz auf ihn bereits wurzeln geschlagen hatten davon hatte er vorher eigentlich doch selbst keine ahnung gehabt und nie waren ihm die schönheit und die frische des kindes und all seine glücklichen gaben so leuchtend vor augen getreten dieser eigenwilligen natur erschien es als ein ding der unmöglichkeit aufgeben zu sollen woran er sein herz gehängt hatte und er war entschlossen es sich wenigstens nicht leichten kaufes entreißen zu lassen wenige tage nachdem sie mr havisham aufgesucht hatte fand sich die frau welche die rechte einer lady fauntleroy für sich in anspruch nahm im schlosse ein und zwar in begleitung ihres kindes sie wurde nicht angenommen my lord habe die sache vollständig seinem anwalt übertragen und wünsche nicht in persönlichen verkehr mit ihr zu treten lautete der bescheid den mr thomas mit hoheit und würde erteilte den eindruck den die unbekannte auf ihn gemacht gab er im dienerschaftssaal rückhaltlos zum besten er hoffe lange genug livret in vornehmen häusern getragen zu haben sagte er um zu wissen was eine dame sei und was nicht und wenn dies eine dame sei so könne er katze und maus nicht unterscheiden die draußen in cold lodge setzte er selbstbewusst hinzu amerikanerin hin oder her die ist eine vom rechten schlag das sieht jeder gebildete auf den ersten blick ich hab's zu henry gesagt als wir den ersten besuch dort machten die frau war fortgefahren das hübsche gewöhnliche gesicht halb zornig halb furchtsam im verlaufe der verschiedenen unterredungen die er mit ihr haben musste war mr havisham zu der ansicht gelangt dass sie wohl leidenschaftlich und frech jedoch lange nicht so klug und ausdauernd und mutig war als sie glaubte es gab augenblicke in denen die lage in die sie sich gebracht hatte ihr über den kopf zu wachsen schien und offenbar hatte sie sich keine vorstellung davon gemacht auf welch ernsten widerstand ihre ansprüche stoßen würden sie ist entschieden aus den niedersten regionen des lebens bemerkte der anwalt gegen mrs arrell ohne alle erziehung weder durch die schule noch durch das leben ist sie durchaus nicht gewöhnt mit leuten wie wir auf gleichem fuße zu verkehren und weiß sich dabei in keiner weise zu benehmen der vergebliche besuch im schlosse hat sie vollkommen eingeschüchtert an toben und wüten darüber hat sie es natürlich nicht fehlen lassen aber eingeschüchtert war sie doch der graf wollte sie nicht empfangen hat mich aber dann auf meinen wunsch in die dorincourt arms sie kennen ja den kleinen gasthof begleitet wo sie wohnt als sie ihn eintreten sah wurde sie leichenblaß einen augenblick später war sie freilich wieder im besten zug in einem atem zu drohen und zu fordern allerdings war der graf damals in seiner allerabweisendsten vornehmsten haltung wie ein alter riese aus königs geschlecht bei ihr eingetreten und hatte unter den weißen augenbrauen hervor die person fixiert ohne sie eines wortes zu würdigen wie man sich etwa eine seltsame aber widerliche natur erscheinung besieht ohne eine silbe zu äußern hatte er sie all ihre redensarten hervorsprudeln lassen und dann erwidert sie behaupten die frau meines ältesten sohnes zu sein wenn sie dafür vollgültige beweise vorlegen können so haben sie das recht auf ihrer seite in dem falle ist ihr knabe lord fauntleroy dass die sache gründlich geprüft werden wird dessen dürfen sie sich versichert halten und wenn ihre ansprüche als berechtigt anerkannt werden müssen so soll für sie gesorgt werden sehen will ich weder sie noch den knaben solange ich lebe nach meinem tode wird das besitztum unglücklicherweise ihm anheimfallen damit drehte er ihr den rücken und schritt stolz und gelassen hinaus wie er eingetreten war wenige tage darauf wurde mrs arrell die in ihrem kleinen boudoir mit schreiben beschäftigt war ein besuch gemeldet das mädchen welches die anmeldung zu bestellen hatte schien sehr aufgeregt zu sein und die vor verwunderung ganz runden augen des jungen dinges sahen mit ängstlicher teilnahme auf ihre herrin der graf selbst ist's gnädige frau sagte sie zum tode erschrocken als mrs arrell ihr wohnzimmer betrat stand ein ungewöhnlich großer imposanter alter mann vor dem kamine auf dem tigerfell das scharfe kühne profil der lange weiße schnurrbart und ein ausdruck von eigenwillen fielen ihr zuerst in die augen mrs arrell soviel ich weiß sagte er mrs arrell bestätigte sie ich bin graf dorincourt er hielt einen augenblick inne unwillkürlich musste er ihr in die augen sehen diese augen glichen so ganz und gar denen die er täglich mit ihrem kindlich liebe erfüllten blick auf sich gerichtet sah dass es eine merkwürdige empfindung in ihm hervorrief der junge sieht ihnen sehr ähnlich sagte er plötzlich das hat man mir häufig gesagt my lord erwiderte sie aber es macht mir größere freude wenn man ihn seinem vater ähnlich findet lady lorridale hatte recht gehabt ihre stimme klang wirklich besonders süß und lieblich und ihr benehmen war höchst natürlich und würdig auch schien sein unerwartetes erscheinen sie keineswegs aus der fassung zu bringen jawohl versetzte der graf er sieht auch meinem sohne ähnlich er zerrte heftig an den enden des weißen bartes wissen sie weshalb ich hierher gekommen bin mr havisham ist bei mir gewesen und hat mir gesagt dass ansprüche geltend gemacht werden und ich komme ihnen zu sagen dass diese ansprüche genau untersucht und bestritten werden sollen falls sich dazu irgendeine möglichkeit bietet ich bin gekommen ihnen zu sagen dass der junge mit allen hilfsmitteln des gesetzes verteidigt werden soll seine rechte er soll nichts besitzen was nicht wirklich und wahrhaftig sein recht ist unterbrach ihn die sanfte stimme selbst wenn irgendein gesetz ihm dazu verhelfen könnte das kann das gesetz leider nicht sagte der graf sonst würde es geschehen dieses erbärmliche geschöpf und ihr kind vielleicht hat sie ihren knaben ebenso lieb wie ich meinen seddy my lord sagte die kleine mrs arrol und wenn sie die frau ihres ältesten sohnes gewesen ist so ist jener lord fauntleroy und mein kind nicht sie hatte so wenig angst vor ihm wie cedric sie sah ihn gerade so unerschrocken an wie jener und das tat dem manne wohl der sein leben lang ein tyrann gewesen war es war ihm so selten begegnet daß jemand gewagt hatte ihm gegenüber anderer meinung zu sein daß es den reiz der neuheit für ihn hatte ihnen wäre es wohl bedeutend lieber wenn er nicht graf dorincourt zu werden hätte fragte er etwas gereizt ein leichtes rot flog über das liebliche gesicht graf dorincourt zu sein ist ein hohes glänzendes los my lord das weiß ich wohl allein am meisten liegt mir daran daß er werden soll wie sein vater war gut und gerecht und allezeit wahr und treu in schneidendem gegensatz zu dem was sein großvater war ich habe bis jetzt nicht das glück gehabt seinen großvater zu kennen erwiderte mrs arrol aber ich weiß daß mein kind glaubt sie hielt inne sah den grafen ruhig an und setzte dann hinzu ich weiß daß cedric sie lieb hat würde er das wohl auch getan haben bemerkte der graf trocken wenn sie ihm gesagt hätten weshalb ich sie nicht im schlosse empfange nein erwiderte mrs arrol bestimmt ich glaube kaum deshalb wollte ich ja nicht daß er es erfahren sollte nun sagte der graf rau viele frauen gibt es nicht die in dem falle geschwiegen hätten er begann auf einmal hastig im zimmer auf und ab zu gehen wobei der bart grausamer als je misshandelt wurde ja er hat mich lieb sagte er und ich habe ihn lieb ich kann nicht sagen dass mir das oft mit menschen passiert ist ich hab ihn lieb im ersten augenblick hat er mir gefallen ich bin alt und war des lebens überdrüssig seit ich ihn habe weiß ich wofür ich lebe ich bin stolz auf ihn es hat mir wohl getan zu denken dass er einst das haupt unseres hauses sein werde er blieb vor mrs arrol stehen ich bin unglücklich und elend elend man sah es ihm an nicht einmal sein stolz war imstande stimme und hände vor dem zittern zu bewahren und einen augenblick war es als ob tränen in den tiefliegenden augen ständen vielleicht bin ich deshalb zu ihnen gekommen weil ich so elend bin fuhr er fort sie förmlich mit den augen verschlingend ich habe sie gehaßt ich bin eifersüchtig gewesen auf sie diese niederträchtige jammervolle geschichte hat alles anders gemacht nachdem ich die ekelerregende person die sich die frau meines bivis nennt gesehen hatte war mirs als müsste es eine wohltat für mich sein sie zu sehen ich bin ein eigensinniger alter narr gewesen und ich glaube wohl dass ich ihnen übel mitgespielt habe sie sind wie der junge und der junge ist das einzige was ich auf der welt habe ich bin elend und nur weil sie ebenso sind wie der junge und weil er sie lieb hat und ich ihn lieb habe bin ich zu ihnen gekommen um des jungen willen seien sie nicht hart gegen mich er sagte das alles in seinem rauhen herben tone schien aber so ganz und gar gebrochen und tief gedrückt dass mrs arrols herz von sympathie und mitleid überströmte sie rückte einen lehnstuhl heran wenn sie sich nur setzen wollten sagte sie in ihrer einfachen herzgewinnenden weise der kummer hat sie müde gemacht und sie brauchen jetzt all ihre kraft dass man so einfach und liebevoll mit ihm sprach und für ihn sorgte war ihm ebenso neu wie der erfahrene widerspruch auch dies erinnerte ihn an seinen jungen und er tat wie ihm geheißen vielleicht war diese verzweiflung und diese bittere abermalige enttäuschung recht heilsam für ihn wenn dies elend nicht über ihn hereingebrochen wäre hätte er die kleine frau noch immer mit hass und abneigung betrachtet während er jetzt in ihrer nähe trost fand freilich war es nicht allzu schwierig ihm zu gefallen nachdem er die andere gesehen aber dies gesichtchen und diese stimme waren doch besonders wohltuend und in ihren bewegungen und ihrer sprache lag ein sanfter eigenartiger reiz unter dessen unwiderstehlichem zauber er sich bald weniger gedrückt fühlte und mitteilsam wurde was auch daraus werden mag sagte er für den jungen soll gesorgt sein jetzt und für die zukunft als er sich zum gehen anschickte sah er sich im zimmer um gefällt ihnen das haus fragte er o gewiß außerordentlich lautete die aufrichtige antwort ein gemütliches heiteres zimmer bemerkte er darf ich wiederkommen und die sache mit ihnen durchsprechen so oft sie wollen my lord darauf stieg er in seinen wagen und fuhr davon thomas und henry aber waren vor erstaunen über diese neue wendung der dinge in der tat sprachlos ende von abschnitt elf gelesen von eva k abschnitt zwölf von der kleine lord von francis hodgson burnett diese librivox aufnahme ist in der public domain zwölftes kapitel der retter in der not selbstverständlich drang die geschichte von lord fauntleroy und der schwierigen lage graf doring kurz aus den englischen zeitungen auch in die amerikanischen sie war viel zu interessant als dass man sie sich hätte entgehen lassen können und dort wie hier bildete sie bald das tagesgespräch der lesarten waren allmählich so viele geworden dass eine gewissenhafte zusammenstellung derselben zum kapitel der mythenbildung einen nicht zu unterschätzenden beitrag geliefert hätte mr hobbs las so viel darüber dass er zuletzt vollständig verwirrt und nahezu geistesgestört wurde die eine zeitung schilderte seinen jungen freund als ein hübsches baby im tragkleidchen die andere als einen hoffnungsvollen schüler der universität oxford welcher dort die größten auszeichnungen davontrug und namentlich ganz hervorragende gedichte in griechischer sprache verfasste ein blatt berichtete dass er mit einer jungen dame von auffallender schönheit der tochter eines herzogs verlobt sei ein anderes dass er sich vor kurzem verheiratet habe und das einzige was nirgends erzählt wurde war dass er ein kleiner junge zwischen sieben und acht jahren mit strammen flinken beinen und lockigem haar war die eine auffassung ging dahin dass er überhaupt kein verwandter sondern ein kleiner usurpator sei der in new york zeitungen verkauft und auf der straße geschlafen habe bis es seiner mutter gelungen sei den anwalt des grafen vollständig zu täuschen und für sich zu gewinnen dann kamen die beschreibungen des neuerdings aufgetauchten lord fauntleroy und seiner mutter einmal war sie eine zigeunerin das andere mal eine schauspielerin das dritte mal eine schöne spanierin nur in dem einen stimmten alle nachrichten überein dass der graf ihr tod feind sei und alles daran setzen werde die ansprüche ihres knaben nicht anerkennen zu müssen und da sich in den papieren die sie vorweisen konnte einige ungenauigkeiten fänden sei ein prozess mit sicherheit zu erwarten der an sensationeller spannung alles bisher dagewesene weit hinter sich lassen werde mr hobbs pflegte ganze stöße zeitungen durch zu studieren bis ihm der kopf brannte und abends wurde dann alles mit dick durchgesprochen allmählich ging dabei den beiden über die bedeutung der stellung eines grafen dorincourt ein licht auf und je genauer sie erfuhren welch glänzendes vermögen und welch herrliche güter ein solcher besaß desto höher steigerte sich ihre aufregung man sollte eben etwas tun wiederholte mr hobbs täglich so einen besitz darf man doch nicht aus den händen lassen graf hin graf her leider konnten die beiden freunde und verbündeten nichts tun als briefe schreiben in welchen sie cedric ihrer teilnahme und freundschaft versicherten was dann auch jeder für sein teil redlich tat und mr hobbs versicherte ihm noch überdies daß wenn es mit dem grafen nichts sei ihm jederzeit ein anteil an dem spezereigeschäft zu gebot stehe und er ihn dereinst mit vergnügen zu seinem kompagnon nehmen werde dann hat er wenigstens bei uns sein gutes auskommen sagte er zu dick nachdem sie sich gegenseitig ihre briefe zu lesen gegeben hatten so ist's bestätigte dick sichtlich getröstet am nächsten morgen erlebte einer von dicks kunden eine große überraschung es war ein junger jurist der eben als anwalt zu praktizieren begann so arm wie junge juristen hier und da zu sein pflegen aber ein begabter energischer mensch mit klarem verstand und liebenswürdigem humor er hatte sich ein ziemlich armseliges büro in der nähe von dicks stand gemietet und war dessen allmorgendlicher kunde der immer ein freundliches wort oder einen scherz hatte wenn auch der zustand seiner fußbekleidung für das auge des fachmannes nicht allezeit befriedigend war an diesem morgen hielt der junge gesetzeskundige als er seinen fuß auf das kleine bänkchen setzte eine illustrierte zeitung in der hand ein auf der höhe der zeit stehendes blatt das ungesäumt seinen lesern in großem formate zum anblicke der das tagesgespräch bildenden personen und dinge verhalf er überflog rasch die seiten und als der zweite stiefel in erwünschtem glanze prangte reichte er dem jungen schwarzkünstler das blatt da hast du was zu lesen dick sagte er kannst dir's zu gemüt führen wenn du bei delmonico dein üppiges mal einnimmst so sieht ein englisches schloss aus und so eines englischen grafen schwiegertochter schöne junge frau eine unmasse haar scheint aber da drüben viel staub aufgewirbelt zu haben es ist sehr an der zeit daß du vorwärtsstrebender jüngling dich mit einem hohen adel und verehrten publikum näher bekannt machst hier kannst du mit dem erlauchtigsten grafen und der ehrenwerten lady fauntleroy den anfang machen hallo bursch was ist denn los die porträts von denen er gesprochen hatte befanden sich auf der ersten seite und dick starrte augen und mund weit aufgerissen und kreideweiß unverwandt auf eins derselben was bin ich schuldig fragte der advokat was in aller welt ist dir denn in die glieder gefahren dick sah allerdings aus als sei er vom blitze gerührt und deutete ohne ein wort hervorbringen zu können auf das eine bild die mutter des prätendenten lady fauntleroy stand darunter das bild zeigte eine hübsche frau mit großen augen und dicken mehrmals um den kopf gelegten schwarzen haar flechten sie rief dick endlich die die kenne ich besser als sie der junge anwalt lachte wo hast du denn die interessante bekanntschaft gemacht dick sagte er in new york oder vielleicht bei gelegenheit deiner letzten spritztour nach paris dick hatte nicht zeit diesen witz zu begrinsen er begann seinen putzapparat eilig zusammenzupacken als ob es sich vorderhand um sein geschäft ganz und gar nicht mehr handeln könnte einerlei sagte er ich kenn sie und für heut ist ausgeschafft kaum fünf minuten darauf eilte er im sturmschritt an mr arrols ehemaligem häuschen vorbei in den laden an der ecke mr hobbs wollte seinen augen nicht trauen als er von seinem pulte aufblickend dick mit der zeitung in der hand hereinstürmen sah der junge war so außer atem dass er kaum sprechen konnte und nur das blatt auf den ladentisch warf hallo rief mr hobbs hallo was kommt denn da ansehen keuchte dick die frauensperson auf dem bilde ansehen jetzt haben sie's ja die 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 ist keine adelige die wahrhaftig nicht rief er zornig auflodernd die einem lord seine frau sein in stücke reißen soll man mich wenn's nicht minna ist minna die würd ich überall erkennen so gut wie ben fragen sie nur den mr hobbs sank auf seinen stuhl ich hab's ja gesagt daß alles eine abgekartete geschichte gewesen ist sagte er ich hab's ja gewußt und das haben sie ihm angetan weil er ein amerikaner ist einfach deshalb welche sie haben's ihm angetan brüllte dick verächtlich die da hat's getan und kein anderer mensch die hat immer voll teufelei gesteckt und ich will ihnen auch sagen was mir eingefallen ist gleich im augenblicke wie ich das bild sah da in irgend so einer zeitung hat's gestanden etwas von dem bengel ihrem sohne und daß er eine narbe am kinne habe na wenn der ihr balg da ein lord ist dann bin ich auch einer bens kind ist's der knirps der die narbe abgekriegt hat wie sie den teller nach mir hat schmeißen wollen professor dick tippton war von natur ein kluger junge und sein brot in den straßen einer großstadt verdienen schärft die sinne und lehrt kopf und augen offen halten es muß übrigens zugegeben werden daß für ihn die aufregung und spannung dieser stunde eigentlich ein hochgenuß war wenn der kleine lord fauntleroy an diesem morgen einen blick in den ihm so lieben ladenraum hätte werfen können so hätte ihn die sache wohl sehr dressiert selbst wenn die beratungen die gepflogen und die wunderbar kühnen pläne die geschmiedet wurden sich mit dem schicksal eines beliebigen andern beschäftigt hätten das gefühl seiner verantwortlichkeit hatte für mr hobbs etwas vollkommen überwältigendes während dick von energie und leben übersprudelte er begann sofort an ben zu schreiben und schnitt das bild aus der zeitung um es ihm beizulegen und mr hobbs schrieb sowohl an cedric als an den grafen selbst mitten in dieser angestrengten tätigkeit kam dick ein erleuchtender gedanke hören sie begann er der 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 mir das blatt gegeben hat der ist afkat den können wir fragen was zu tun ist afkaten wissen das alles auf mr hobbs machte dieser vorschlag und dicks große findigkeit überhaupt einen ungeheuren eindruck so ist's erwiderte er laut die sache schreit nach einem advokaten der laden ward einem stellvertreter übergeben in den rock schlüpfen und sich auf den weg machen war das werk weniger minuten die verbündeten marschierten in die stadt hinunter und erschienen zum höchsten erstaunen des jungen mannes in mr harrisons büro wo sie ihre romantische geschichte vortrugen wäre dieser nicht ein sehr junger anwalt mit tatendurstigem gemüte und einer beneidenswerten fülle von verfügbarer zeit gewesen so hätte es wohl etwas mühe gekostet ihm für diese überaus fabelhaft klingende unklare geschichte interesse einzuflößen da er aber zufällig ein brennendes verlangen nach arbeit hatte und da er zufällig dick kannte und dieser dick zufällig eine höchst lebendige dramatische darstellungsweise hatte in welcher er sein anliegen vortrug so lief alles nach wunsch ab und bemerkte mr hobbs sagen sie ungeniert was ihre zeit zur stunde wert ist und nehmen sie's gründlich bezahlen werde ich ich silas hobbs ecke der blank street gemüse und spezereihandlung wenn sich die sache wirklich bewahrheitet so wie dick sie auffaßt sagte harrison so ist sie für mich nicht minder von bedeutung als für lord fauntleroy selber und keinesfalls können nachforschungen irgendeinem teile schaden bringen offenbar haben sich in bezug auf den knaben einige zweifelhafte punkte herausgestellt die frau hat sich bei der angabe seines alters mehrfach widersprochen und dadurch verdacht erregt in erster linie muß an dicks bruder und an den anwalt des grafen doering court geschrieben werden ehe die sonne unterging waren zwei briefe nach verschiedenen himmelsrichtungen unterwegs der eine segelte mit einem englischen postdampfer zum new yorker hafen hinaus der andere brauste auf einem kalifornischen postzug mit windeseile dahin der erstere trug die adresse t havisham esquire der andere war an mr benjamin tippton gerichtet nachdem der laden am abend dieses denkwürdigen tages geschlossen worden saßen mr hobbs und dick noch bis nach mitternacht in ernstem gespräche und angelegentlicher beratung beieinander ende von abschnitt zwölf gelesen von eva k abschnitt 13 von der kleine lord von frances hodgson burnett diese librivox aufnahme ist in der public domain es ist erstaunlich in wie kurzer zeit manchmal gerade die allermerkwürdigsten dinge es fertigbringen sich zu ereignen ein paar minuten hatten einst hingereicht den kleinen jungen der seine rotbestrumpften beine von mr hobbs schreibstuhl herunterbaumeln ließ und ein höchst anspruchsloses dasein in einer welt entlegenen straße führte in einen englischen edelmann und den erben eines unermesslichen besitztums zu verwandeln und wieder hatten ein paar hundert worte genügt diesen edelmann zu einem kleinen usurpator zu stempeln der keinen heller besaß und auf den glanz der ihn umgab nicht das geringste anrecht hatte und so unglaublich es scheinen mag nahm es wieder nicht allzu lange zeit in anspruch von neuem alles umzugestalten und dem der in gefahr gestanden hatte alles zu verlieren alles zurückzugeben daß diese letzte wandlung der dinge verhältnismäßig rasch vollzogen werden konnte rührte besonders daher daß die frau die sich lady fauntleroy nannte ihrer rolle in keiner weise gewachsen war als mr havisham sie einem ziemlich scharfen kreuzverhör über ihre verheiratung und über ihr kind unterworfen hatte war ihr begegnet zwei oder dreimal mit ihren eigenen aussagen in widerspruch zu geraten was sein misstrauen in hohem grade erweckte sobald ihr aber dies zum bewusstsein gekommen war hatte sie alle selbstbeherrschung und geistesgegenwart verloren und sich in ihrer wut immer mehr ins verderben geredet ihre angaben waren nur in bezug auf den knaben unrichtig und schwankend über die tatsache ihrer heirat mit beavis lord fauntleroy und ihre darauf folgende entzweihung hatte auch mr havisham keinerlei zweifel dagegen brachte er heraus daß ihre aussage über den ort wo das kind geboren war eine vorstadt von london auf erfindung beruhte und als er aufgrund dieser ersten unwahrheit mit mehr hoffnung auf erfolg als bisher seine nachforschungen zu betreiben anfing kam der brief des jungen new yorker advokaten sowie die beiden schreiben von mr hobbs das war ein abend als der graf und mr havisham die briefe vor sich in der bibliothek saßen und ihre weiteren pläne besprachen von der dritten unterredung an sagte mr havisham war mir die person in hohem maße verdächtig das kind schien mir älter zu sein als sie angab und sie irrte sich plötzlich einmal in der jahreszahl seiner geburt und versuchte dann die sache wieder zu vertuschen verschiedene verdachtsmomente die mir aufgestoßen waren stimmen genau zu der in diesen briefen erzählten geschichte das beste ist jedenfalls diese beiden tipptens telegraphisch zu benachrichtigen daß sie sofort herüberkommen sollen sie darf keine ahnung davon haben und muß gänzlich unvorbereitet mit ihnen konfrontiert werden bei licht betrachtet ist sie eine ziemlich armselige intrigantin und wird höchstwahrscheinlich die geistesgegenwart verlieren und sich sofort verraten und so geschah es mr havisham setzte um sie keinen verdacht schöpfen zu lassen seine unterredungen mit der prätendentin in der bisherigen weise fort und versicherte sie daß er eifrig damit beschäftigt sei die berechtigung ihrer ansprüche gesetzlich prüfen und feststellen zu lassen so daß ihr der kamm außerordentlich schwoll und sie im gefühl der sicherheit jeden tag anmaßender und kecker wurde eines schönen morgens als sie zukunftsträumen nachhängend in ihrem kleinen wohnzimmer in dem einfachen gasthause saß ward mr havisham bei ihr gemeldet als er aber auf ihren wunsch eintrat folgten ihm nicht weniger als drei unangemeldete besucher der erste ein pfiffig dreinschauender halbwüchsiger junge dann ein hochgewachsener breitschulteriger junger mann und schließlich seine herrlichkeit der graf in eigener person sie sprang auf und stieß einen gellenden schreck ins schrei aus sie hatte weder zeit noch kraft einen solchen zu unterdrücken seit jahren hatte sie der beiden die da hereintraten höchstens hier und da einmal flüchtig gedacht und wenn sie es getan so hatten ihre gedanken ein weltmeer und viele tausende von meilen zwischen sie und jene gelegt die möglichkeit eines wiedersehens war ihr nie in den sinn gekommen hallo minna sagte dick dessen manieren leider nicht so vollendet waren um in des grafen erlauchter gegenwart ein grinsen zu vermeiden der hochgewachsene junge mann ben tippten sah sie schweigend an die dame ist ihnen bekannt fragte mr havisham von einem zum andern blickend jawohl sagte ben wir kennen uns damit wandte er ihr den rücken als ob er den verhaßten widerlichen anblick nicht länger ertragen könnte und trat ans fenster die frau die sich so vollständig entlarvt und preisgegeben sah geriet nun in eine an wahnsinn grenzende wut die freilich für ben und dick nichts neues war und erging sich in entsetzlichen schimpfreden drohungen und verwünschungen was auf dick die wirkung hatte dass sein grinsen sich nicht mehr ganz innerhalb der grenzen des schönen hielt ben blieb abgewandt regungslos stehen ich kann es vor jedem gerichtshof beschwören dass sie es ist sagte er dann zu mr havisham und wenn es nötig ist kann ich außerdem noch ein dutzend zeugen dafür beibringen ihr vater ist von haus aus ein anständiger mann freilich sehr heruntergekommen die mutter war gerade wie sie der vater lebt noch und hat er gefühl genug sich seiner tochter zu schämen er kann's ihnen sagen wer sie ist und ob sie mich geheiratet hat oder nicht dann plötzlich die faust ballend wandte er sich zu ihr wo ist das kind fragte er es geht mit mir mit dir ist der knabe fertig so gut wie ich kaum hatte er ausgesprochen als sich die in das schlafzimmer führende türe ein wenig auftat und das kind vermutlich durch das laute sprechen neugierig gemacht hereinguckte es war kein hübsches kind aber das gesicht war klug und angenehm ganz und gar dem vater ähnlich und am kinn war die sehr sichtbare dreizackige narbe ben ging auf ihn zu und nahm ihn bei der hand seine eigene zitterte heftig ja sagte er daß der der meine ist kann ich auch beschwören tom wandte er sich zu dem kleinen ich bin dein vater und ich will dich mitnehmen wo ist dein hut der junge deutete auf einen stuhl wo derselbe lag das mitgenommen werden schien ihm offenbar eher erfreulich und er hatte in den paar jahren seines erdenlebens des überraschenden schon so viel erfahren dass es ihm gar nicht verwunderlich vorkam in diesem fremden seinen vater sehen zu sollen die frau die vor wenig monaten zu ihm gekommen war in das haus wo er von seiner ersten kindheit an lebte und ihm gesagt hatte daß sie seine mutter sei war dem kleinen manne so zuwider daß er sehr bereitwillig war sich von ihr zu trennen ben nahm den hut und ging nach der türe wenn sie mich wieder brauchen sagte er zu mr havisham so wissen sie ja wo ich zu finden bin damit ging er hinaus sein kind an der hand ohne sich nur ein einziges mal nach der frau umzusehen diese schäumte jetzt buchstäblich vor wut wobei der graf sie mit großer ruhe fixierte kommen sie kommen sie sagte mr havisham so geht das nicht wenn sie nicht in die zwangsjacke wollen so müssen sie sich zusammennehmen der geschäftsmäßige kühle ton dieser bemerkung schien ihr klar zu machen daß ihre zornausbrüche hier ganz wirkungslos waren und mit einem fürchterlichen blicke auf den anwalt rauschte sie ins andere zimmer die türe dröhnend hinter sich zuschlagend die macht uns weiter keine not mehr bemerkte mr havisham gelassen und er hatte recht noch in derselben nacht verließ sie die dorincourt arms und fuhr nach london wo ihre spur verloren ging nach diesem abschluß der widerlichen szene bestieg der graf sofort seinen wagen nach court lodge lautete sein befehl nach court lodge rief thomas im aufsteigen dem kutscher zu können sich darauf verlassen da passiert wieder mal was besonderes setzte er hinzu als der wagen vor court lodge anfuhr war cedric eben bei seiner mutter im wohnzimmer ohne sich melden zu lassen trat der graf ein er sah um einen halben schuh größer aus als sonst und um viele viele jahre jünger seine augen leuchteten wo ist lord fauntleroy rief er vor erregung errötend trat mrs arrol ein paar schritte vor ist er lord fauntleroy fragte sie bebend ist er's wirklich der graf ergriff ihre hand ja erwiderte er ja er ist's dann legte er die andere hand auf cedrics schulter fauntleroy sagte er in seinem gebieterischen tone frage deine mutter wann sie zu uns aufs schloß kommen will fauntleroy schlang jauchzend die arme um des mütterchens hals ganz bei uns bleiben sollst du hörst du bei uns wohnen der graf sah mrs arrol an und sie ihn es war sein voller ernst er hatte es für angemessen erkannt mit der mutter seines erben frieden zu schließen und einmal zum entschluss gelangt wollte er die angelegenheit mit gewohnter bestimmtheit und raschheit erledigt haben sind sie ganz gewiss dass sie mich brauchen können fragte mrs arrol mit ihrem reizenden sanften lächeln ganz gewiss versetzte er kurz wir hätten sie von anfang an haben sollen wir haben es nur nicht gewusst ich hoffe dass sie kommen ende von abschnitt 13 gelesen von eva k rein in 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 Vielen Dank.